Okay, willkommen zum öffentlichen Soundcheck. Wir fangen jetzt mal an. Und hoffen, dass die Bläser am Start sind, wenn wir bei den Bläsern angekommen sind. Okay, wir suchen jetzt noch die letzten Mikrofone. Okay, wir haben jetzt das Schlagzeug vom Opa am Start. Ist das so? Andere machen wir ja gar nicht. Wir machen eins nach dem anderen. Einfach nur bis jetzt. Der Zinkler an den Keyboards. Der Zinkler an den Keyboards. Ich höre ihn in dem Monitor. Wer ist so schön in meinem Ohr? Sinclair, Sinclair. Spielt mit Verstand und auch mit Flair. Sinclair, Sinclair. Spielt mit Verstand und auch mit Flair. Wen sehe ich da alles im Publikum? Darf ich euch auf was aufmerksam machen? Hatten wir schon das neue Video von Giovanna Winterfeld gesehen? Habt ihr das schon gesehen? Die Giovanna hat ja ganz, ganz viele coole Videos in letzter Zeit gemacht. Coole Statements abgelassen. Aber das von letzter Nacht oder wann immer das auch hochging, das ist so geil. Und ich werde dich jetzt zitieren, Giovanna, mit dem Spruch, der mir wirklich in der Birne geblieben ist. Du endest das Ganze mit Nein, ich bin nicht rechts. Aber ich bin auch nicht mehr links. Und warum ist das so? Weil uns die Linken und die Grünen wahnsinnig enttäuscht haben in den letzten Wochen, Monaten, oder? Hättet ihr gedacht, dass die Grünen so eine verheerende Kriegspolitik betreiben? Wenn sie sich Waffen wünschen und noch mehr Waffen, was ist denn los mit diesen Vögeln? Mein Gott! Selbst die Linke kann sich nicht geschlossen hinter Leute wie Wagenkrecht stellen, die sagen, nein, wir schicken wieder mal die anderen Menschen in den Krieg und nicht die eigenen Kinder und nicht die eigenen Söhne. Giovanna, danke für dieses mutige, kurze, aufrechte, wunderbare Video. Danke, Giovanna! Und während wir hier sprechen, fängt die Band an zu grooven. Und die Boots und die Buddys, alles smooth. Wir haben noch keinen Sound für die Sängerin. Wir haben noch keinen Sound für die Sängerin. Okay, jetzt höre ich gerade, dass wir die Mikrofone tauschen. Schauen wir mal, ob ihr hier auch was hört. Oh, ich höre die Trompete, Friedemann! You made my day! Die Trompete ist am Start. Und singt, wer trinkt, da hat. Trinkt er nicht, trinkt er doch. Oh, wie schön sie klingt, die Trompete! Wir machen erst mal mit dem Mikrofon von der Mona. Mona, bist du am Start? Ja! Mona ist am Start. Ich bin da! Einen dicken Applaus für unsere Sängerin, die Mona! Bisa! Mona in the house! Super! Mona in the house! Mona in the house! Yeah! Hey! Mona in the house! Hey! 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 Kommen Sie her! Okay jetzt wissen Sie auch das tintende Name! Wegen eurem Feedback-Problem? Oder geht's auch so? Volkmar, gib mir ein Zeichen. Nimm das Mikrofon und sprich mit mir, Volkmar, wenn du möchtest. Hast du ein Mikrofon am Start? Hast du nicht, okay. Dann müssen wir mit Zeichensprache machen, geht ja auch. Machen wir hier nicht zum ersten Mal. Machen, machen, machen wir hier nicht zum ersten Mal. Machen, machen, machen wir hier nicht zum ersten Mal. Machen, machen, machen wir hier nicht zum ersten Mal. Machen, während wir hier weitermachen, habe ich ein Quiz für euch. Der eine oder andere kennt uns ja schon. Wisst ihr, welcher Song gleich kommt? Come on, strengt euch an. Wisst ihr, welcher Song gleich kommt? Los, ihr kennt ihn. Raten. Also ich gebe euch mal einen Tipp, ja? Wir waren doch gerade eben und haben uns zur Antifa hintergedreht. Und was haben wir mit der Antifa gemacht? Wir haben sie eingeladen. Lad sie alle zu dir ein. Lad sie alle zu dir ein. Lad sie alle zu dir ein. Hey, und jetzt mit Berlin. Lad sie alle zu dir ein. Lad sie alle zu dir ein. Ja, da ist die Heike. Wie schön. Heike ist am Start. Lad sie an. Und die Suse. Und die Suse. Hör ich die Suse? Hör ich schon die Suse? Suse hat das blaue Mikrofon. Doch ich hör noch keinen Ton. Liebe Suse, bist du da? Suse, Suse ist nicht da. Doch der Volker ist am Start. Und der Volker macht das klar. Suse, Suse ist am Start. Ja, ja. Da ist sie. Da ist sie. Da ist sie. Hey, yes. Suse. Hey. Yes. 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 Oh, bitte. Suse und Marlene machen das zusammen. Hey. Hey. Das nenn ich Tima. Okay. Und da haben wir noch ein Mikrofon. Da ist jetzt die Anette. Hör ich dich? Hör ich dich? Selber. Hör sie fast. Hör sie fast. Anette. Ich spür dich, aber ich hör dich nicht. Anette. Ich spür dich, aber ich hör dich auch. Ich spür dich, aber ich hör dich auch. Lach sie an. Lach sie an. Lach das grüne Mikrofon noch etwas lauter. Lach das grüne Mikrofon noch etwas lauter. Lach das grüne Mikrofon noch etwas lauter. Da spielt nur das grüne Mikrofon. Und die Drum-Section ist am Start. Reiner, die klarinierte war jetzt da. Das ist schön mit dir. Alright. Jetzt werden wir alle ganz leise auf die Eins. Und da spielt leider nur der Genesis und mit der Cajon auf die 1 hören wir auf. 1, 2, 1, 3, 4. Oh, das ist die Cajon, hört ihr die? Das ist Antonio. Machen wir die Cajon noch etwas lauter. Das ist Percussion 1 oder 2 oder 3. Das ist Percussion 1 oder 2 oder 3. Das ist Percussion, Percussion, 1, 2 oder 3. Gleich ist Antonio auch dabei. Das ist Percussion 1, 2 oder 3. Das ist Percussion 1, 2 oder 3. Und Antonio, der groovt so hart, der ist gleich dabei. Hey, das ist Percussion 1, 2 oder 3. Und der Volker ist im Start und der Volkmar ist im Start. Das ist Percussion, da kommt sie, da kommt sie. Ein bisschen besser raus, wir haben genug besser am Start. Das ist rechts neben mir, der Herr, der auf der Kiste sitzt. Rechts neben mir, der Herr, der auf der Kiste schwitzt. Und Antonio, den großen Applaus für Antonio. Und er vor! Okay, was ist mit Paul? Was ist mit Paul? Der macht die Joint-Man und ist ganz foul. Das ist der Paul. Das ist der Paul. Der ist die Gembe. 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 Ach, ist gar nichts drin? Schade, es rauf so gut hier oben. Egal. Der ist die Gembe. Der ist die Gembe. Lassen wir die Paul mal kurz an einem mit mir zusammenspielen, der mit dem er hört, was die Gembe eigentlich ist und was die so macht. Eins, zwei, und der Paul und ich dabei. Ja! Okay, wunderbar. Ich glaube, wir sind am Start, ja? Wir sind die Pritzzeit ja alle drei. Ja! Nein, der Johannes hat Gitarre in der Hand. Hatten wir vorher schon, die ist da. Hatten wir die? Heute die Gitarre. Ja, 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 ja. Okay. Und jetzt machen wir kurz eine Zensur. Oder Zäsur. Zensur machen wir nicht aus der Zensur. Jetzt sind wir raus. Zensur gibt es bei uns nicht. So, Note sechs Sätzen fällt bei uns aus, wegen ist es nicht. Eberhard. Ach, Eberhard. Auch das Sachsen-Wohn. Mein Gott, das hätte so gefehlt, weil da kommen so ein paar schöne Sachsen-Wohn-Soli. Okay, jetzt hören wir auf und ich zähle noch mal neu ein. Eins, zwei, drei, und Stopp!